Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe Ihnen versprochen, in einem nächsten Video über die Kritik an dem weltweiten synodalen Prozess vorzustellen, um verschiedene Seiten aufzuzeigen. Der Brief von Greg und Hollerich war, wie gesagt, sehr harmlos, ohne Ecken und Kanten und hat doch wenigstens auch zum Ausdruck gebracht, dass man diesen Prozess nicht irgendwie manipulieren und für sich vereinnahmen dürfe. Das war auf jeden Fall schon mal sehr beruhigend zu lesen. Es ist aber nun so, dass Robert McElroy einige Sachen geschrieben hat im amerikanischen Jesuiten-Review und dieser Text soll sehr, sehr dreist sein und genau das tun, was eigentlich in dem Brief der beiden führenden Persönlichkeiten des weltweiten Synodalprozesses eigentlich als falsch und schlecht gebrandmarkt worden ist, nämlich die Vereinnahmung des Prozesses für eigene Agenden. Und daraufhin erschien dann ein Artikel, der zeigt, wie angreifbar eigentlich dieser Prozess, also weltweiter Synodalprozess ist und im Grunde dieser eigentlich auch manipuliert sei. Diese beiden Ausführungen möchte ich Ihnen im Folgenden vorstellen. Robert Walter McElroy, wer ist das eigentlich? Er ist ein Kardinal mittlerweile und Bischof von San Diego. Er gehört zu den liberalen Bischöfen, die eben in den USA zu Kardinälen kreiert worden sind und das ist insgesamt also jemand, der eigentlich in den USA selbst eher nicht gut wegkommt, nicht gut angesehen ist. Und nun schauen wir mal hinein in diesen Text, in dem er angeblich sagen soll, dass dieser ganze Synodalprozess genutzt werden soll, um bestimmte Dinge endlich mal zu kippen, was die kirchliche Lehre anbelangt. Dieser Artikel ist tatsächlich am 24. Januar erschienen. Mit anderen Worten, dieser Artikel kam vor dem Brief der beiden Kardinäle Hollerich und Greg. Und wenn diese dann andeuten, dass es Leute gibt oder dass es Kräfte gibt, die versuchen im Vorfeld den Synodalen Prozess für sich zu vereinnahmen und dass man da andere Themen auch noch reinbringen möchte, dass man aber, was man nicht darf, weil das eben streng vorgegeben ist, dann können wir davon ausgehen, dass sie das auch schon mit dem Wissen sagen über diese Texte, über diese Wortmeldungen, auch der Wortmeldungen eines McElroy. Welche Wege soll die Kirche in den kommenden Jahrzehnten gehen? Während der bereits laufende Synodale Prozess gerade erst begonnen hat, einige dieser Wege aufzuzeigen, zeigen die stattgefundenen Dialoge eine Reihe von Herausforderungen auf, denen sich das Volk Gottes stellen muss. Wenn wir die Identität einer Kirche widerspiegeln wollen, die in der Berufung verwurzelt ist, die in der Berufung der apostolischen Tradition und des Zweiten Vatikanischen Konzils verwurzelt ist. Viele dieser Herausforderungen ergeben sich aus der Realität, dass eine Kirche, die alle Frauen und Männer dazu aufruft, in der katholischen Gemeinschaft ein Zuhause zu finden, Strukturen und Kulturen der Ausgrenzung enthält, die allzu viele von der Kirche entfremden oder ihren Weg im katholischen Glauben enorm belasten. Wir wissen, worauf er hinaus möchte, die mit einer gebrochenen Biografie und deshalb nicht nach der Sexualmoral der Kirche leben, beispielsweise. In dieser Phase des Synodalen Prozesses ist es für die katholische Gemeinschaft in den USA aus zwei Gründen wichtig, unseren Dialog über diese Strukturen und Kulturen der Ausgrenzung zu vertiefen. Die erste besteht darin, weiterhin zur universalen Unterscheidung in diesen Fragen beizutragen und anzuerkennen, dass dieselben Fragen in vielen Nationen der Welt aufgetaucht sind. Das ist dasselbe Prinzip, mit dem auch die deutschen Katholiken versuchen, sich selbst aufzuwerten von ihrer Relevanz, indem sie sagen, das sind auch die Themen, die ja in anderen Ortskirchen formuliert worden sind und das zeigt, das ist ein Thema von weltkirchlicher Relevanz. Würde man auf den Heiligen Geist hören, würde man nicht von Strukturen der Ausgrenzung sprechen, weil der Heilige Geist diese Strukturen der Kirche ja eingegeben hat. Also ist der Heilige Geist der Ausgrenzer? Macht man Gott zum Bösen, zum Diskriminierer? Ich gehe mal ein bisschen weiter, weil der Text sehr lang ist. Und dann die Peripherie ins Zentrum bringen. Jetzt bin ich gespannt, ob er jetzt mal langsam herausrückt mit der Sprache. Eng verbunden mit der Bunde der Polarisierung, so der US-Synodenbericht, ist die Bunde der Marginalisierung. Diejenigen, die diese Bunde erleiden, leiden nicht nur, sondern ihre Ausgrenzung ist für andere zu einer Quelle des Skandals geworden. Die Sünde des Rassismus wird hier genannt. Bisweilen marginalisiert die Kirche Opfer sexuellen Missbrauchs durch Geistliche auf eine Reihe destruktiver und dauerhafter Weise. Das ist natürlich nicht gut, wenn man das tut. Ich frage mich aber, ob seine Aussage wirklich repräsentativ ist für die USA. Denn ich habe auch gute Sachen gehört, dass dort eben, dass da schon die Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch sehr gut läuft und dass man dort schon viel weiter vorangeschritten ist als bei uns. Die Ärmsten unter uns, die obdachlosen Menschen ohne Papiere, Inhaftierte und Flüchtlinge, werden oft nicht mit der gleichen Energie und Effektivität eingeladen von der Kirchenleitung. Das ist alles auch sehr richtig. Er redet dann davon, dass Jesus ja der barmherzige Samariter ist und dass wir nach seinem Vorbild das alles eigentlich leben sollen. Ein Weg, uns aufzurichten und die Muster und Strukturen der Ausgrenzung in unserer Kirche und der Welt zu heilen, besteht darin, die Peripherien systematisch in das Zentrum zu bringen. Das bedeutet natürlich Afroamerikaner, amerikanische Ureinwohner, Opfer von sexuellem Missbrauch, Menschen ohne Papiere, arme Obdachlose, inhaftierte. Es gibt Forderungen nach Abschaffung von Regeln und willkürlichen Handlungen, die Frauen von vielen Aufgaben des Dienstes, der Verwaltung und der pastoralen Leitung ausschließen, sowie nach der Zulassung von Frauen zum ständigen Diakonat und der Ordination von Frauen zum Priestertum. Und das wird jetzt erstmal nur gesagt, ohne Wertung, aber wir lesen weiter. Ein produktiver Weg für die Reaktion der Kirche auf diese Früchte der Synodalen Dialoge wäre die Annahme, dass wir Frauen in jedem Element des Lebens der Kirche, das nicht von der Lehre ausgeschlossen ist, zulatten, einladen und aktiv einbeziehen sollten. Das bedeutet zuallererst, jene Barrieren für Frauen zu beseitigen, die auf allen Ebenen im Leben und Dienst der Kirche errichtet wurden, nicht aufgrund von Gesetz oder Theologie, sondern aufgrund von Sitte, Klerikalismus, Bigotterie oder persönlicher Opposition. Mich interessiert dann, welche er meint. Ob er hier die Grenze da zieht, wo ich sie ziehen würde und behauptet, dass das die Grenze ist, die die Kirche bisher auch gezogen hat oder ob er wirklich auch meint, dass es zum Beispiel kein theologisches Argument gibt für den Ausschluss von Frauen zum Priestertum. Sowas wird hier natürlich jetzt nicht gesagt und das ist dann natürlich schade. Zweitens fordert der Aufruf zur Inklusion die Kirche auf, die rechtlichen Hindernisse für die Führung von Frauen im Leben der Kirche sorgfältig zu prüfen. Papst Franziskus leitete Reformen in diesem Bereich ein, als er die obligatorische Verbindung zwischen bischöflicher Identität und Führungsrollen in der römischen Kurie einschließlich der Leitung wichtiger römischer Abteilungen lockerte. Diese Überprüfung sollte auch fragen, wie die gesetzlichen Beschränkungen für Laien in der diözesanen Leitung einschließlich Gerichten sowie die Art der Gerichtsbarkeit in einer Pfarrei umfassen, die es derzeit jedem Laien verbietet, Verwalter einer Pfarrgemeinde zu sein. Interessant, weil sich das beißt teilweise mit den Dingen, die wir lesen in dieser Pfarrinstruktion. Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde, die vor einigen Jahren, ich glaube 2020, an die deutschen Katholiken erging. Der Vorschlag, Frauen zum ständigen Diakonat zu ordinieren, fand in den weltweiten Dialogen breite Unterstützung. Während es historische Debatten darüber gibt, wie Frauen im Leben der frühen Kirche einen quasi-diakonischen Dienst ausübten, stützt die theologische Untersuchung dieser Frage tendenziell die Schlussfolgerung, dass die Ordination von Frauen zum Diakonat nicht doktrinär ausgeschlossen ist. Quatsch. Absolutes No-Go und ein Veto von mir. Unter anderem hat ja eigentlich in 1994 erschienenen Ordinatio Sacerdotalis, der heilige Johannes Paul II. schon gesagt, dass darüber gar nicht mehr diskutiert werden kann, weil die Kirche keinerlei Vollmacht besitzt. Hier ist die Rede vom Diakonat, aber im Nachhinein hat auch die Glaubenskongregation, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nochmal deutlich gemacht, dass der Ordo in seiner dreifachen Ausführung nicht eine einzelne Stufe sozusagen von dem Rest lösen kann, dass man also nicht sagen kann, ja, Johannes Paul hat über das Priestertum der Frau gesprochen, nicht über den Diakonat, also haben wir hier immer noch eine Offenheit. Nein, sondern das ist ein einziges Sakrament. Die Weihe ist nicht, ja, man kann nicht einen Teil der Weihe sozusagen outsourcen, um dann doch nochmal darüber zu diskutieren. Also ist da eigentlich, und was er übrigens sagte, Johannes Paul ist nichts Neues, sondern er beruft sich auf die bisherige Tradition, auf die bisherige Lehre. Und das ist nicht etwas, das man einfach übergehen kann oder sagen kann, das wäre hier alles noch gar nicht theologisch so eindeutig. Ist es sehr wohl. Frauen, die zum Diakonat zuzulassen, nicht nur aus Gründen der Inklusion, sondern weil ständige Diakoninnen von entscheidender Bedeutung für Dienste, Talente und Perspektiven sein könnten. Auf der Amazonas-Synode 2019 unterstützten die Bischöfe des Amazonas-Gebiets diesen Weg in Gebet und Urteilsvermögen mit überwältigender Mehrheit und erklärten, dass dies eine enorme Gnade für ihre Ortskirchen wäre, wenn denen es so sehr an Priestern mangelt. Ein diakonischer Dienst muss nicht unbedingt, also wie soll ich sagen, die Aufgaben eines Diakons müssen nicht unbedingt von einer geweihten Person vorgenommen werden. Frauen können natürlich diese karitativen Dinge tun, ohne dass sie zu Diakonin geweiht werden. Das ist also etwas, das nicht unbedingt diese Schlussfolgerung nach sich ziehen muss und das ist auch deshalb auch im Text, in dem Dokument, das danach erschienen ist, auch verworfen worden. So what, dass viele das begrüßen, wenn das nicht vom Heiligen Geist kommt und wenn die Kirche gar nicht die Vollmacht hat, das einfach einzuführen, dann geschieht das auch nicht. Ende. Er stellt es hier so dar, als wäre das alles gar nicht so eindeutig. Und er unterscheidet wirklich den Diakonat von einem Priestertum. Das geht hier nämlich dann um das Priestertum. Die Frage der Priesterweihe von Frauen wird eine der schwierigsten Fragen sein, mit denen sich die internationalen Synoden 23, 24 auseinandersetzen müssen. Der Ruf nach der Aufnahme von Frauen in priesterliche Wein als Akt der Gerechtigkeit und als Dienst an der Kirche wurde laut in praktisch jeder Region unserer Weltkirche. Gleichzeitig sprachen sich viele Synodenteilnehmer dafür aus, das Priestertum im Einklang mit dem Wirken Christi und der Kirchengeschichte den Männern vorzubehalten. Es ist wahrscheinlich, dass die Synode diese letzte Haltung aufgrund ihrer Verwurzelung in der Theologie und Geschichte der Kirche einnehmen wird. Also er sagt, das wäre eigentlich cool und das haben ja eigentlich alle auch eindeutig gesagt, dass sie das wollen, aber dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen. Aber er setzt seine Hoffnung auf den Frauen Diakonat. Dann spricht er vom christologischen Paradoxon. Er redet dann nämlich über die, die aufgrund ihrer Umstände in ihrem Leben an der vollen Teilhabe am Leben der Kirche gehindert werden. Also Geschiedene, Wiederverheiratete, Mitglieder der LGBT-Gemeinschaft, standesamtlich Ehelose, die nicht kirchlich geheiratet haben und so. Diese Ausschlüsse berühren wichtige Lehren der Kirche über das christliche Moralleben, die Bindungen der Ehe und die Bedeutung der Sexualität für den Jünger. Es ist sehr wahrscheinlich, dass alle diese Lehrfragen auf den Synodentreffen in diesem Herbst und im nächsten Jahr in Rom diskutiert werden. Aber der Ausschluss von Männern und Frauen aufgrund ihres Familienstandes oder ihrer Orientierung oder Aktivität ist in erster Linie eine pastorale Frage, sagt McElroy. Keine Doktrinäre. Naja, das stimmt nicht. Das stimmt nicht, weil es natürlich eine Frage der Lehre ist, beziehungsweise der Moral. Natürlich müssen wir überlegen, wie wir dann das Ganze auch pastoral angehen. Aber es kann nicht bedeuten, dass wir die Lehre unklar lassen, um die Menschen in einem falschen Barmherzigkeitsverständnis zu beruhigen, dass alles gut ist, so wie sie sind, dass sie so angenommen sind, wie sie sind. Das Problem ist, und das ist ein wunderschöner Satz, den jemand geprägt hat, und ich liebe diesen Satz, und zwar will Gott dich so, wie er dich trotzdem liebt. Gott liebt dich, unabhängig davon, wer du bist, was du aus dir machst. Du bist es wert, dass er für dich am Kreuz gestorben ist. Aber will er dich auch so, wie er dich trotzdem liebt? Nein, er möchte nicht, dass du dir selber schadest. Er möchte dir das bestmögliche Leben ermöglichen. Und doch achtet er deinen freien Willen. Natürlich. Und deshalb ist das natürlich eine pastorale Frage, aber nicht nur. Es ist auch eine doktrinäre Frage. Wir können nicht die Lehre von der Eucharistie ändern, damit Menschen sich nicht mehr ausgeschlossen fühlen. Wir können nicht die Lehre von der Ehe ändern, damit sich Menschen nicht mehr ausgeschlossen fühlen. Wir können nicht die ganze christliche, biblische Anthropologie über den Haufen werfen, das binäre Geschlechtersystem leugnen, damit sich Menschen, die sich anders identifizieren, nicht diskriminiert fühlen. Das heißt, die Kirche ist natürlich einerseits dazu berufen, die Fülle ihrer Lehre zu verkünden, aber gleichzeitig ein Zeugnis nachhaltiger Inklusion abzulegen in der Praxis, in der pastoralen Praxis. Und das ist eine bleibende Verantwortung, eine bleibende Aufgabe. Und das ist wirklich etwas ganz herausforderndes. Aber ich habe das Gefühl, wir haben noch gar nicht mal damit angefangen, den richtigen Weg einzuschlagen. Und so wird dann aus einer schiefen oder verengten Lehre, also verschwiegenen Lehre, eine schiefe Pastoral. Und damit ist niemandem geholfen, wirklich niemandem. Also er redet hier wirklich über LGBT-Katholiken, Wiederverheiratete, Geschiedene, etc., was die Teilnahme an der Eucharistie anbelangt. Und so, das sind so die Themen, die er hier quasi so, ja, die werden auf jeden Fall wichtig werden. Und wir werden darüber sprechen. Und er stellt das hier alles so dar. Um es vielleicht einmal kurz zu fassen, den ganzen Artikel bekommen Sie dann einmal in der Infobox nachzulesen und können sich das dann mal anschauen. Er nimmt eigentlich den synodalen Prozess und vereinnahmt ihn für diese verschiedenen, also für diese verschiedenen Agenden und sagt, dass die auf jeden Fall Thema werden würden. Und wie gesagt, dann kam ein Text im National Catholic Register und zwar ein Kommentar. Die Katze ist jetzt aus dem Sack mit der Synode zur Synodalität. So der Text, der sehr drastisch ist von Pater Raymond de Souza. Er ist publizistisch unterwegs und schreibt für verschiedene, Blätter, unter anderem für National Post, aber auch Convivium Magazine und Catholic Herald, Catholic Register, sind auf jeden Fall alles immer sehr konservative Blätter, für die er auch schreibt. Er ist teilweise auch Chefredakteur oder Chefkommentator. Also es ist jemand, der pointiert schreiben kann, weil er immer wieder auch Dinge kommentiert, die in der Kirche passieren. Und er schreibt nun über diesen jüngsten Brief der beiden Bischöfe Hollerich und Gregg sehr negativ, auch mit Blick auf die Aussagen eines McElroy, der natürlich eben im Vorfeld schon vor Beginn der nächsten Phase, der kontinentalen Phase, hier das Ganze auf eine bestimmte, in eine bestimmte Richtung lenken möchte, thematisch. Das, was ja eigentlich Hollerich und Gregg dann auch kritisieren, wenn sie sagen, es gibt ein strenges Thema, das vorgegeben ist und man kann da nicht jetzt irgendwelche anderen Themen hineinmogeln. Und Pater Raymond sieht aber diesen Brief und auch, was vorher McElroy geschrieben hat, als sehr entlarvend. Für ihn ist diese Synode zur Synodalität im Grunde gescheitert. Der jüngste Brief an die Bischöfe der Welt von Kardinal Mario Gregg und Jean-Claude Hollerich zeigt, dass die Leitung einer Synode nicht mehr so einfach ist wie früher. Die bisherigen Synoden unter Papst Franziskus waren im Vergleich zum jetzigen Prozess relativ einfach zu handhaben. Damals fügten die Synodenleiter, nachdem sie alle gehört hatten, einfach in die Zwischen- oder Schlussberichte ein, was sie wollten. So hat der Synodale Prozess zur Synodalität für eine Synodale Kirche begonnen. Sie wird nicht in einem, sondern in zwei Treffen der planetaren Synode in Rom gipfeln. Das Ganze wird gerade, ich übersetze es gerade automatisch ins Deutsche, deshalb wundern Sie sich bitte nicht über die Wortwahl manchmal. Diese Artikel, über die wir heute sprechen oder die, über die ich heute spreche, sind alle auf Englisch. Darauf müssen Sie sich dann gefasst machen, wenn Sie unten mal die Links anklicken. Also auch dieser Text ist unten zu finden. Also so hat jetzt dieser Prozess zur Synodalität begonnen und auch mit zwei Ansätzen in 23 und 24. Es begann 2018 auf der Jugendsynode, als Giacomo Costa, der Jesuitenpater, einer der wichtigsten Synodenleiter, einfach Material über synodale Prozesse in den Bericht dieser Synode einfügte. Es gibt kaum etwas, das für normale junge Menschen weniger attraktiv ist als endlose Treffen unter der Leitung von Gruppenmoderatoren. Trotzdem musste das Synodalsekretariat irgendwo den mehrstufigen lokalen, also universalen synodalen Prozess in Gang setzen und so berichteten sie, dass die Synodenväter den Wunsch hätten, dass sich junge Katholiken auf der ganzen Welt für Synodalität engagieren würden. Und es heißt dann, dass der Kardinal Oswald Grazias aus Bombay sogar vermutet, dass Pater Costa von der damaligen Jugendsynode, der Autor dieses Textes, der Synode, also jetzt synodalen Prozesse sein könnte. Der synodale Prozess zur Synodalität für eine synodale Kirche bekam letzte Woche einen kleinen Ruck, als nämlich McElroy, jetzt kommt das nämlich mit dem Kardinal McElroy, aus San Diego die Katze aus dem Sack ließ oder den Vorhang zurückzog oder einfach laut sagte, was viele vermutet hatten. Er argumentierte, dass diese Synode genau der richtige Zeitpunkt sei, um die Ordination von weiblichen Diakonen zu genehmigen, die Ordination von weiblichen Priestern zu überdenken, die Lehre des heiligen Paulus über das Nichtempfangen der heiligen Kommunion im Zustand der Todsünde beiseite zu legen und zumindest verzichten sie beim bestimmten bevorzugten Praktiken ganz auf die Herausforderung der Keuschheit. So hier die Worte von de Souza, also Kardinal McElroy hat eigentlich ganz entlarvend gesprochen und das ist genau das, was eigentlich Synodalität nicht sein sollte und das ist genau diese Vereinnahmung, diese ideologische Vereinnahmung, die man ja eigentlich nicht wollte. Er ist bei weitem der intelligenteste, artikulierteste und gebildetste. Stanford, Harvard, Berkeley, Gregorian, also diese Gregorianer im Rom. Das sind so die Stationen seiner Ausbildung, also der ist nicht dumm. Aber hat er strategisches Know-how? Das ist eine andere Frage. Dass er diese Dinge so rausgehauen hat, das ist so ein bisschen wie beim Synodalen Weg, wenn dann manche so ganz beschwichtigend reden und dann kommen zum Beispiel ein paar junge Synodale und die hauen alles kurz und klein verbal und zerstören eigentlich durch ihre sehr nicht weit vorausschauende Art wieder diese beschwichtigenden Bemühungen. Naja. Ziemlich zu viel Aufmerksamkeit schien es, als Alarm geschlagen wurde, dass der Synodale Prozess der Vergrößerung des Zeltes offenbar beinhaltete, die Füchse in den doktrinären Hühnerstall einzuladen. Dass die radikale Inklusion weitenreichender Art die Ideen vorschlägt, offene Zulassung zur Eucharistie für alle Getauften, die in der gesamten Kirchengeschichte nie gelehrt wurden. Ein zartes Gleichgewicht, die Organisatoren des Synodalen Prozesses zur Synodalität waren selbst alarmiert, wollten die Pferde sicherlich nicht erschrecken, indem sie andeuten, dass die Keuschheit selbst abgeschafft würde. Wie bekommt man den Synodalen Pferden Scheuklappen und Zügel oder verleiht ihnen Zügel, ohne zu viele Leute wissen zu lassen, wohin man sie führen will? Also sie, das ist das, was ich vorhin mit dem Synodalen Weg in Deutschland als Beispiel, als Analogie vorhin angedeutet habe. Da sind natürlich dann die, die so versuchen, in einem ganz bestimmten strategischen Weitblick etwas auszudrücken. Die sind natürlich nicht begeistert, wenn dann jemand kommt und alles kurz und klein schlägt und dann irgendwie wieder alles zunichte macht. Und so sieht das auch de Souza, dass dann natürlich so ein Greg und Hollerich dann Angst bekommen, dass der quasi zu viel verrät, was die eigentlich vorhaben. So seine Ansicht. Und deshalb muss man dann quasi wieder zurückreiten, zurückrudern. Jetzt bin ich hier bei den Pferden, deshalb reiten. Also zurückrudern. Und deshalb haben sie dann zum Beispiel betont, man kann nicht einfach neue Themen einführen. Das Thema ist ganz klar vorgegeben und man darf nicht einfach den Prozess für sich vereinnahmen, durch irgendwelche Ideologien, dass das da quasi den ganzen Prozess unterwandert, sondern wir sollen ja ergebnisoffen auf den Heiligen Geist hören. Also dass sie das dann so in aller Deutlichkeit schreiben, sieht er wiederum als strategischen Schritt, um zurückzurudern und den Leuten die Angst zu nehmen, dass vielleicht Katina McElroy die Wahrheit gesagt haben könnte. Interessant. Jeder wusste also, wohin die Reise gehen sollte. Aber es war verfrüht, dass Kardinal McElroy eine Vorabkopie des Abschlussberichts der Beratungen der Synode veröffentlichte. Daher mussten die Kardinäle Greg und Hollerich schnell handeln, um McElroys übereiltes Vorgehen zu beheben. Der hat eine Vorabkopie des Abschlussberichts veröffentlicht. Das, was ich Ihnen vorhin vorgelesen habe, soll das ein Vorabbericht sein? Das ist die Frage. Oder ob es nochmal was anderes ist und er das quasi nur zusammenfasst? Die Herausforderung für die Kardinäle Greg und Hollerich besteht darin, dass auch sie selbst etwas zu viel geredet haben. Wow. Während sie den Bischöfen dringend schrieben, dass der Synodale Prozess zur Synodalität für eine Synodale Kirche nicht dazu gedacht sei, die Bischöfe an den Rand zu dringen und sie zu Protokollführern zu machen, war es Kardinal Greg selbst, der im vergangenen Herbst eine Gruppe von Experten zusammenstellte, die Zusammenfassung aller nationalen Synodenberichte zu erstellen. Diese Zusammenfassung ist nun die Grundlage, also das DKI, für die aktuelle kontinentale Phase des Synodalen Prozesses. Nachdem die Kontinentalfase in wenigen Wochen abgeschlossen ist, werden Kardinal Greg und sein Team bevorzugter Experten einen weiteren Versuch wagen und das Arbeitsdokument für die universelle Synode in diesem und im nächsten Jahr entwickeln. Im Grunde fließt dann ja doch von Kardinal Hollerich und von Kardinal Greg ganz viel ein. Oder von dieser Expertengruppe. Die ist ja gelenkt und sie ist ja zusammengestellt und es heißt hier, dieser Expertengruppe gehörte unter Dutzenden Anwesenden nur ein Bischof an. Kardinal Greg schreibt jetzt, dass Synodalität nicht losgelöst von bischöflicher Kollegialität verstanden werden könne, doch noch vor wenigen Monaten prahlte er damit, dass seine ausgewählte Gruppe gleichgesinnter Experten, angeführt von dem allgegenwärtigen Pater Costa, dieser Pater Costa von der Jugendsynode, das wahre Herz und die Ohren der Kirche seien. Also er selber würde nicht nach Synodalen Prinzip handeln. Bei früheren Synoden hat sich das Synodalsekretariat in die Beratungen der amtierenden Bischöfe eingemischt. Wie viel mehr werden sie eingreifen, wenn Kardinal Greg und sein Team gegen die tatsächlich in Rom anwesenden Bischöfe im Namen des Herzens der Kirche sprechen? Der Brief der Kardinäle Greg und Hollerich, so spät im Prozess, ist nur notwendig, wenn sich herausstellt, dass es viele gibt. Kardinal McElroy, nur der Prominenteste unter ihnen, die den Wunsch haben, dem Synodalen Prozess zur Synodalität, eine neue Agenda aufzuzwingen. Die Deutschen sind da natürlich ganz klar dahinter, auch dahinter, also auf derselben Seite. Für eine Synodale Kirche. Es ist nur notwendig, den Leuten zu sagen, dass sie den Mann hinter dem Vorhang keine Aufmerksamkeit schenken sollen, wenn es offensichtlich ist, dass hinter dem Vorhang etwas vor sich geht. Das heißt, da muss schon was sein. Sonst würde man nicht einen Brief verfassen, kurz danach und so weiter und so fort mit so klaren Worten. Was Kardinal Hollerich betrifft, so hat er sich seit seiner Ernennung zum Generalrelator der Synode für Synodalität nicht gescheut zu erklären, dass er die Lehre der Kirche zur Homosexualität für veraltet und falsch hält. Mit anderen Worten, der ist ja eigentlich auch von seinen Ansichten her auf der Seite von McElroy und den deutschen Katholiken etc. Wenn sich also die Bischöfe in Rom versammeln, werden sie einen Januarbrief erhalten, in dem ihnen mitgeteilt wird, dass eine Änderung der Lehre nicht auf der Tagesordnung steht, aber der Oktober wird einen Kardinal auf den Vorsitz bringen, der genau das wünscht. Der Kardinal steht dann nicht hinter dem Vorhang, sondern auf dem Podest neben dem Heiligen Vater. Die Glaubwürdigkeit des Synodalsekretariats ist durch die Manipulationen früherer Synoden stark beschädigt worden. Der Brief an die Bischöfe der Welt fordert sie auf, zu ignorieren, was sich vor ihren Augen abspielt. Von Deutschland bis San Diego. Dass er Deutschland anbringt, aber das ist ja auch klar, die sind ja auch Vorzeigeheretiker, was das anbelangt. Wenn der Vorhang einmal zurückgezogen wurde, wie es Kardinal McElroy getan hat, kann er nicht wieder vollständig geschlossen werden. Und ich muss sagen, McElroy tut uns ja eigentlich sogar einen Gefallen, wenn er den Vorhang zurückzieht und man sieht, was dahinter ist. Dass man nicht mehr an der Nase herumgeführt wird, sondern dass endlich mal klare Verhältnisse geschaffen werden. Dass man einfach mal sieht, woran man ist. Das ist der Kommentar, der sehr kritische Kommentar von D'Souza, dass sie einfach mal auch diese Sichtweise haben auf den weltweiten Synodalen Prozess. Ich bin gespannt, wie es auf jeden Fall weitergeht. Klar ist, dass wir auf jeden Fall nicht utopisch sein dürfen. Wir dürfen nicht die Realität aus den Augen verlieren und natürlich wird es ein ganz bitterer Kampf noch werden. Das ist klar. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es bis dahin auch dem Papst geht. Und ob wir bis dahin nicht vielleicht sogar schon einen neuen Papst haben. Und das wird das Ganze dann noch unbestimmter machen und das Ganze auch in eine Ungewissheit bringen. Und doch brauchen wir keine Angst zu haben, sondern wir dürfen auf das Wirken des Heiligen Geistes vertrauen, dass der Herr mit seiner guten Vorsehung die Kirche auch jetzt in dieser sehr wankenden und schwankenden Zeit nicht aus den Augen verliert und ihr beistehen wird. Und dass es dann prophetische Stimmen geben wird, die ihre Stimme erheben und die anderen mit der warnenden Stimme Gottes anspricht, dass dann eben, ja, dass dann wirklich auch noch am Ende der Heilige Geist siegen wird und nicht irgendwelches politisches, kirchenpolitisches Kalkül. Mal sehen, wie es weitergeht, wie gesagt. Ich wollte Ihnen auf jeden Fall diese interessanten, kritischen Stimmen nicht vorenthalten, damit Sie auch diesen Brief von Hollerich und Greg besser verstehen können. Der ist jetzt nämlich sozusagen durch dieses Video kontextualisiert worden. Sie haben jetzt ein bisschen besser hoffentlich erfahren können oder verstehen können, warum Sie mit aller Deutlichkeit so gegen irgendwelche vereinnahmenden und ideologisierenden Tendenzen bei diesem Prozess angehen. Ich bin gespannt und ich werde jetzt auch noch ein bisschen mehr darüber nachdenken, was de Souza vor allem schreibt, weil er einen sehr pessimistischen Blick auf diese weltweite Synode hat. Ich denke auch an Kardinal Pell, was er geschrieben hat und werde das Ganze mit ganz wachsamen Augen mitverfolgen. Ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt. Ich möchte wirklich wissen, wie das ausgeht und wie welche Rolle dann auch die deutschen Katholiken bei dem Ganzen haben werden. Ich werde Ihnen auf jeden Fall auch noch erzählen, wie das Prager-Treffen ausgegangen ist. Gedulden Sie sich noch ein wenig und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, gottesreichen Segen. Seien Sie behütet und beschützt. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.